Ja, so schnell kann die Zeit umgehen. Es waren acht krasse Wochen. Intensiv, wunderbar, transformierend bei Ancestor Wisdom. Ich bin dankbar und verneige mich in Demut vor jeder Frau, in den Epigenetischen Informationen reinzugucken und diese zu transformieren. Und es war eine ganz großartige Zeit. Und wenn du jetzt sagst, Mensch, habe ich verpasst? Was war da los? Gibt es das nochmal? Es wird Ancestor Wisdom im Herbst wahrscheinlich nochmal geben. Wenn du erfahren möchtest, wann es soweit ist, trage dich gerne in den Soul Letter ein. Den Link findest du im Bio, im Profil. Und ich freue mich, wenn du dabei bist, denn auch das nächste Mal wird es magel. Vor dir teilgenommen hat, denn ich weiß, dass es Mut dazu gehört, diejenige in der Linie zu sein, die bereit ist, sich umzudrehen und hinzuschauen. Ich komme aus dem mondlichen Impuls von Circle Cycles und Ceremonies und habe wirklich nochmal so für mich auch gedacht, wer braucht fucking New Age, wenn wir Ancient Wisdom haben? Wozu brauchen wir immer neue Dinge? Wozu muss es immer fancier sein, immer crazier sein, immer abgefahrener sein? Vor allem auch, wenn es um spirituelle Techniken geht. Wenn all das, was es im Kern braucht, schon da ist, und zwar in der Natur, im alten Rhythmus des Jahreskreises, im Rhythmus der Zyklen der Natur. Und wir uns in dem wiederfinden können. Wenn wir uns einfach nur daran erinnern, dass wir Teil dieses großen Ganzen sind und in Einheit mit dem Ganzen sein dürfen, dann passiert die Magie. Und das ist für mich immer ein riesiger Moment der Dankbarkeit, das nochmal zu merken. Deswegen auch die kleine Erinnerung daran, es muss nicht immer fancy und shizzled and whizzled sein, sondern aus dem Fenster gucken und gucken, was da draußen los ist. Dass das hilft und uns auf die Weisheit unserer Ahnen zu verlassen, denn die wussten, was ist. Die haben, bevor die ganze christliche, monotheistische, kapitalistische Geschichte hier anfing, schon einen guten Job gemacht. Die waren echt eingebunden in die Natur, in die Zyklen, in die Rhythmen. Die konnten, die waren eins mit dem Ganzen. Und das bedeutet jetzt nicht, dass wir alle aufhören müssen, das Internet zu nutzen. Und zum Gottes Willen, das wird mich auch in Panik versetzen, glaube ich, und die Komfortabilitäten, die wir haben und die Errungenschaften, die wir haben, aufzugeben. Sondern das ist eher eine Einladung, zu gucken, wie wir das Ganze zusammenbringen, um wieder in eine gute Balance zu kommen. Und zwar nicht nur für uns, sondern auch für all diejenigen, die nach uns folgen. Denn ich glaube schon, dass wenn wir uns wieder einlassen auf diese alten Zyklen, und ich sehe es ja, die Magie, die bei denen, das sind 40, gut 40 Frauen, die mit mir durch das Jahr gehen. Was da alles schon passiert ist, einfach dadurch, dass wir uns auf diese alten Weisen und die Magie und die Medizin wieder verlassen. Crazy. Ich bin gerade voll geflasht, voller Dankbarkeit. Zhang Riviat. Schweres an dem Blick an das schönste Hilfe an diese fence sehr leicht hoch合ossen und bet changigt. Wir haben einen Hubflash's.